auf 3 1 2 3 drückt oh no retten sie ex ich komme ex ls gedrückt halten zum rennen er hat ihn gleich abgeballert so freunde ich bin zurück in alien isolation hier habe ich das letzte mal aufgehört ja und wir müssen das haupttor finden wir gucken noch mal ganz kurz gehen sie durch die tür durch die haupttür finden sie etwas zum öffnen der sicherheitsstrebe ok wir müssen jetzt dieses gerät finden irgendwo dann gucken wir uns hier mal gut um das schaut nicht gut aus hier schaut aber auch nicht so aus ob hier irgendwas wäre hier findet man noch bestimmt irgendwas das schaut gut aus da liegt aber auch ein toter erstmal hier umschauen hier ist noch relativ sicher machen wir gleich wieder aus hier hier ist ein durchgang da kommen wir wahrscheinlich hier rein das schaut echt nicht gut aus bleibt mir aber nichts anderes übrig ok wir gehen rein wird schon gut gehen irgendwie habe ich das gefühl gleich passiert was ich brauche die kerze wie ging die noch mal ich habe keine mehr ich habe keine fackeln mehr nein hallo hier ist nichts oh no fuck ok wir sind da einfach runter ich will eine beschwerde anreichen bei der bei der höchsten instanz mein name ist das ist ja alles das kann ich definitiv besser gebrauchen ich bück mich mal halt nein bück mich mal hier ausweiskarte natürlich auch mit ok wir müssen jetzt eigentlich hier rauskommen wunderbar ähm LT und RT halten ja mach ich geht aber nicht drücken linker trigger und rechter trigger halten das tue ich es passiert nichts jetzt passiert moment alle gedrückt halten ok wir müssen die grip buttons und die trigger buttons gedrückt halten so jo das war ja einfach hier verdammt ich glaube ich habe gleich meine erste begegnung ok bindemittel boah habe ich mich jetzt erschrocken vor der blöden tür sprengkapsel nochmal so ein band mir geht irgendwie die pumpe leute ich will nur etwas über ihren chef erfahren er hat sie alle ganz schön in die scheiße geschubst irgendjemand muss doch verantwortlich sein ich werde dafür sorgen dass jemand verantwortlich ist nein sie sind stur was Turner schalten sie das band aus vielleicht ist unser freund hier nur schüchtern so dann gehen wir weiter hier war ich ja schon drinnen da ist nichts mehr weiter diese blöden türen ich speichere mal schnell so das stück ist ein band ich musste mich wieder mit diesen verdammten so schlagen diesmal hat er mit dem wartungsheber fast die ganze tür demoliert wahrscheinlich erst sicher hier will ich einschließen das schaut schon absolut klasse aus leute ich würde das schon fast zu einem meiner besten vr erlebnisse zählen ok wir gehen zurück und kommen durch das haupttor hoffentlich ohne zwischenfall schaut gut aus zwischensequenz zwischensequenz oh no wer ist das ruhig ok ok mein namen ist ribley woher kommen sie ribley von einem schiff hier gibt es keine schiffe jetzt schon prima große klasse hier läuft es nämlich nicht so toll hier ist was explodiert alles hat gebebt ich hab's gesehen meine liebe das ist das geringste unserer probleme ja ja hier ist etwas auf der station mhm das habe ich auch schon gemerkt was denn ein killer verstehen sie ok ok wie heißen sie ich bin hier mit zwei kollegen angekommen eva die explosion hat uns getrennt können sie mir helfen warum weil sie sich hier auskennen nein ich meine warum was ist für mich drin ein platz auf dem schiff vertraue ihr woher weiß ich dass ich ihnen trauen kann ich muss zur kommzentrale ich muss mein schiff kontaktieren vertraue ihr heute ist ihr glückstag oder auch deiner ja gehen sie mit axel zur transit station aber vorsichtig schaut cool aus Leute ok ok na los ich will nicht lange hier rum ja ja macht keinen stress jetzt hier erstmal einen schritt zurück ok ok sind sie mir dahinten gefolgt ich musste abstand halten man kann hier nichts riskieren komm einfach weil oh weil und ich habe keine facke ja ok hey noch mehr noch mehr die wollen uns nicht warum waren sie so übel aggressiv alle haben scheiß angst und gehen sich darum eben aus dem Weg ist sicherer ich hoffe ihr Schiff gibt es wirklich speichern speichern ja ok geh weiter Moment lassen sie mich den Fahrstuhl rufen gestatten sie die Station ist alt und eigenwillig das schaut gut aus ja rein ok 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 ja hier ja 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 ein killer was soll das überhaupt heißen ich habe ihn nicht gesehen aber er ist hier er holt sich einen nach dem anderen was soll das heißen ein Psychopath eine Person nein was anderes ein Monster ein Alien ein Alien wir sind da oh no das schaut echt nicht gut aus Leute Gott sei Dank hat der eine Waffe was ist das? Schrott ich brauche eine Fackel ich brauche eine Fackel da ist jemand ja was wartest du jetzt hier? hallo halten sie LG und bewegen sie LS um sich zu setzen wir sollten uns nach einem Ausweg umsehen bist du wahnsinnig? es gibt keinen Ausweg wenigstens sind wir hier unten sicher aber wie lange? was wenn die zu uns kommen? dann schießen wir sie in Stücke und jetzt Ruhe du machst mich nervös okay wir gehen wieder durch den Schacht ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen die mögen keine Fremden nicht mal nette Typen wie mich ich bin schockiert ich zieh sie nicht auf Herzchen wenn sie sich bemerkbar machen wollen bitte ist ihre Beerdigung die Waffen sind nicht zum Spielen da jemand muss etwas unternehmen das machen sie man nennt es Überleben oh da ist wieder was schrott 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 was soll ich sagen? mein Butler hat gerade Urlaub nehmen sie sich was sie brauchen wer weiß wann sie nochmal die Gelegenheit kriegen ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff und warte auf sie wie es scheint Taschenlampenbatterien Schrott nehmen sie genug Taschenlampe das ist sehr geil ähm aber leuchten sie nicht mit dem Ding rum nicht dass wir erwischt werden dann los halten sie Y um die Taschenlampe aufzuladen ah ok Taschenlampe ist sehr nice wir speichern natürlich wieder hier lang so nochmal kurz umgucken scheint alles zu haben Taschenlampe an hier und nun? ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht irgendwo hier ist noch einer ich habe ihn markiert damit ich ihn nicht vergesse finden sie den Schacheingang zum einen und ausschalten der Taschenlampe ok das weiß ich ok ich such mal boah Leute das ist echt zappenduster hier das schaut doch gut aus haben sie etwas gehört? waren sie das? hey verarsche mich nicht wo ist der? Leute ich scheiß mir in die Hose Axel ist es der hier? ja ich komme ja schon komm 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 schnell 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 ich wusste dass er hier irgendwo ist gespeert ich habe alles unter Kontrolle mach auf mach auf ja auf geht zu es ist nicht ratsam sich hier zu lange aufzuhalten mhm das glaube ich allerdings auch so kommt man hier von A nach B mhm wenn man am Leben bleiben will ja oh nein die Batterie ist leer geht die wieder an das ist also ihr Schiffi ah ok Batterie ausgewechselt sollte vielleicht ein bisschen sparsamer sein mit den Batterien schalten sie die Taschenlapper aus ja 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 schon gut in Ordnung wir müssen zu den anderen irgendwas stimmt nicht es stimmt immer irgendwas nicht komm schon nicht dass der sauer wird wir schaffen es das verspreche ich folgen sie mir sind aber schnell weg gewesen jetzt los wir schaffen das ok wir müssen hier leise sein ja ich bin ja schon leise leise was ist der Notfall hier war jemand alle in Alarmbereitschaft bleiben haltet eure Waffen bereit schießt auf jeden den ihr nicht kennt verstanden bleibt hier während ich unsere Vorräte prüfe wir sind bewaffnet wie können wir nicht ankommen ankommen? wir müssen trotzdem hier durch die Tür am Ende wie? versuchen wir ein Ablenkungsmanöver der Generator wenn der ausgeht werden sie nachsehen müssen der Generator sie machen weniger Lärm ha 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 wer hat als letztes die Vorräte geprüft wer hat als letztes die Vorräte geprüft was ist was ist hast dich ein bisschen selbst bedienen was denn hier der Generator soll das denn heißen hey er war die ganze Zeit bei mir uns fehlen essen oh nein nein ich hab was gehört pssst falscher Knopf ok da hinten ist der Generator noch mal gucken der könnte sich mal wieder umdrehen ok hier ist nichts alles in Butter ok Generator ich bin froh dass ich euch gefunden hab die Station ist wie ein Friedhof oder? so oh oh die sehen mich nicht das musste wahrscheinlich geschehen aber das war deine Idee nicht meine ok schnell weg hier scheint nicht kaputt zu sein woher willst du das denn wissen Einstein wenn der Generator durchgebrannt wäre wäre hier auch er funktioniert trotzdem nicht vielleicht der Sicherheitsmechanismus war vielleicht eine Ratte hat sich verheddert und den Sicherheitsmechanismus ausgelöst eine Ratte muss eine verdammt große Ratte gewesen sein ich weiß doch auch nicht irgendwer macht uns hier Ärger wahrscheinlich die gleiche Person die unsere Sachen gestohlen hat das ist beängstig deswegen haben wir ja auch Waffen gute Arbeit Ripley hier sein wir besser ruhig sie sind noch in der Nähe folgen sie mir ja ich würde ja gerne hinter dir gehen wenn du mich die ganze Zeit schieben würdest hier oh speichern ist gut dann geh ich halt vor da geht nix wie weit noch fast da Transit ist gleich da vorne hoffentlich ist ihr Schiff auch noch da Silvastopol entspricht nicht so ganz ihren Erwartungen wie ich sollte eigentlich gar nicht hier sein meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert hier komme ich jetzt hier wieder zurück ok ok weiter ist das Bauplan eingesammelt öffnen sie sie haben einen Bauplan gefunden greifen sie mit R auf das Baumenü zu und bauen sie irgendwas was L ok linker Grip Button kürzer bewegen kürzer bewegen ok so funktioniert das ist echt ein bisschen schwierig ähm Komponente festlegen mir fehlt da da einfach was subkultane subkultane impf Pistole ok die fehlt mir verlassen ok weiter gehts also das Baumenü ist wirklich schwer zu lesen ich hab's wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen um sie zu öffnen ich nehme die hier und sie gehen zu dir auf der anderen Seite ja das war wieder klar dass ich zurück gehen muss ok fertig auf 3 1 2 3 drück oh no retten sie Axel ok ich komme Axel ls gedrückt halten zum rennen oh ok das hier ist mein Eigentum klatsch er hat den gleich abgeballert Scheiße lauf 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 Puh Scheiße ich glaube er ist tot die haben ihn umgebracht lauf 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 Boah Leute sie haben ihn getötet wenn er mich töten wollte er oder ich hier geht es ums überleben Verstehen sie das? Hören sie da was? ich höre was was Axel Scheiße was ist das denn? Oh oh Alien säure Tja das war's mit Axel fuck fuck was 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 ok wo komme ich denn jetzt eigentlich her? wir müssen weiter mal kurz auf die Karte schauen wie lang gehts wie lang gehts Moment mal ich bin mir jetzt echt nicht sicher ähm fuck Leute da kommt nix da kommt nix kann sie nicht rufen boah was passiert hier nein nein fuck hallo kommt der irgendwann mal oh no oh no hey scheiß mir gleich in die Hose wer ist da? der ist da? ne rein da boah boah leute so bis zum nächsten Speicherpunkt und dann war's das für Part 2 finden sie einen Aufzug zu so siegsen communications wo gehts raus? ok jetzt bin ich ja weit weg jetzt brauche ich nur noch einen Speicherpunkt Speicherpunkt was ist das? auf Neuverkabelung zugreifen oh mein Gott nutzen sie eine was? Neuverkabelung um Systeme im umliegenden Bereich ein- und auszuschalten Systeme teilen sich eine begrenzte Stromversorgung Systeme ausschalten stellt den Strom zur Verfügung um andere einzuschalten er ist zum einsehen der Karte auf der rechten Seite ok da muss ich mich später mal mit beschäftigen hier ist ein Speicherpunkt sehr schön so ja Leute ich hoffe euch hat Part 2 gefallen falls ja dann lasst wie immer bitte einen Daumen hoch da falls ihr noch kein Abonnent seid abonniert den Kanal und wir sehen uns das nächste Mal Ciao Ciao